Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Last of Us, wo ich gerade versuche hier das Kabel von meinem Kopfhörer richtig hinzulegen, damit ich mich nicht ständig drin verheddere und dabei hier in den Schreibtisch knalle und das ist alles. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Ich weiß auch nicht wieso. Gut, euch beiden geht's gut? Ihr habt keine optionalen Gespräche für mich? Nein? Schade. Dann müssen wir jetzt wohl zu den Klickern rein. Ich freue mich ja schon. Jetzt mal ganz doof gefragt, wegen dieser Pilzinfektion, die im Großen und Ganzen die Welt vernichtet hat. Da sind ja jetzt an der Tür einiges an Pilzen hochgewachsen, dadurch, dass diese Leiche da gelehnt hat. Ich meine, auch wenn wir jetzt einfach mal unter der Prämisse arbeiten, dass Ellie immun ist, weil der bis vor drei Wochen sie ja da irgendwie nicht beeinträchtigt, die anderen beiden sind es höchstwahrscheinlich nicht. Und ist das so schlau, diese Tür jetzt hier an dieser Stelle aufzubrechen, ohne zumindest die Atemmaske aufzusetzen, von wegen Pilzsporn und so? Ich meine, ich frage ja nur. Ich meine, in dem Moment, wo ich gesehen hätte, oh, hier gibt's Infizierte, hätte ich diese scheiß Maske aufgesetzt. Ja, ein paar Sporen eingeatmet und du bist am Arsch. Mist. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Was war das? Was war das? Ah, ein Schere war das. Da liegt noch... Zusätze verbessern deine Überlebensfähigkeiten. Ja, geil! Das sind die Tabletten, mit denen wir dann aufleveln können, ne? Oh, verdammt. Wie mache ich denn das? Oh, okay, ich brauche noch ein paar. Bevor wir irgendwas aufleveln können, brauchen wir mindestens 20 von den Dingern. Vorher brauchen wir uns das gar nicht angucken. Aber okay, ist gut zu wissen. Kopf runter! Ich erinnere mich, dass es einen Skill gibt, den sollten wir vielleicht mit als erstes erwerben, der dafür sorgt, dass Klickerangriffe keine Instant Kills mehr sind, sondern wir tatsächlich die Chance haben. Was war das denn? Ich konnte eben den Controller schütteln und dann hat es gemacht, aber irgendwie... Hä? Ich habe keine Ahnung, was das gerade bewirkt hat. Na ja, auf jeden Fall, den Skill sollten wir uns vielleicht mit als erstes besorgen. Ich drücke immer die falsche Taste, das ist euch jetzt aufgefallen. Ich schätze mal... Genau, die 75 für den Messermeister. Benutze ein Messer, um dich zu retten, wenn ein Klicker dich schnappt. Maximale Gesundheit ist auch interessant. Lauschmodus Distanz. Es gibt so ein paar Sachen, ja, Fertigungszeit, Heilungszeit, die sind jetzt nicht so wichtig. Ja, boah. Nichts passiert. Alles ist total okay. Weil das sind so Sachen, die machen wir günstigstenfalls sowieso, wenn wir schön viel Zeit haben. Aber hier uns mit Messer gegen Klicker zu verteidigen, maximale Gesundheit erhöhen, Das sind so Sachen, Lausch-Reichweite. Da ist eine Tür. Da sollten wir schon zusehen, dass wir die... Upgradet kriegen. Nur ich weiß nicht mehr... Wie häufig und wie viele von diesen Pillen man findet, wie viel man das tatsächlich auch upgraden kann. Das ist schon ein bisschen lange her, alles. Das ist bestimmt gar keine schlechte Idee, diese... Das meinte ich, das meinte ich, das meinte ich. Das gemeine ist, dass mich das gerade Lebensenergie gekostet hat. Ich wollte gerade sagen, dass das... Ich wollte gerade sagen, was das für eine geniale Idee ist, hier Türen lautstark aufzubrechen, während die Infizierten in der Nähe sind. Und können wir auch... Wir wissen nur, wie man Messer herstellt. Okay, das heißt, wenn ich mein Medikit jetzt benutze, dann war es das mit dem Medikit. Andererseits, wir haben nur noch zwei Lebensbalken. Das war nicht das Medikit. So. Genau das habe ich gesucht. Oh, wir können uns nicht mal komplett heilen. Okay, aber dann wissen wir jetzt, dass ein Medikit drei Gesundheitsbalken heilt. Das ist auch gut zu wissen. So, der Infizierte kam von hier hin. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Der Infizierte kam von hier hinten. Oh, Mann. Oh, warte mal. Da oben. Scheiße. Hier geht's weiter. Toll. Da geht's nicht runter. Dann will ich nochmal zurück. Dann will ich die Räume hier noch untersuchen, bitte. Ich dachte, es geht da weiter, wo Ellie und Tess sich hingestellt haben. So viele kaputte Gebäude. Aber jetzt wissen wir ja wenigstens, wieso die Gebäude so aussehen, wie sie aussehen. Das liegt an der Bombardierung des Militärs damals. Um die Infizierten aufzuhalten. Was war das denn? Ein Lappen? Habe ich gerade einen Lappen eingesammelt. Wir brauchen dringend so ein paar weitere... Baupläne. Dass wir vielleicht auch mal ein Medikit herstellen können oder sowas. Mehr nicht? Mehr gibt's hier nicht? Na gut, es gibt hier noch die Tür, ne? Äh... So, ich wollte nur kurz gucken, ob die noch da hinten sind. Hilf mir da hoch. Ich seh nicht um. Okay, sie will da unbedingt hochklettern. Was für mich bedeutet, dass ich mich definitiv erst noch hier hinter der Tür umsehe. So, für solche Türen... Na bitte. ...können wir Messer benutzen. So, die ich dann gleich wieder neu herstelle. Um eine jede Menge Vorräte zu kommen. Hier, guckt euch das an. Nach solchen Türen müssen wir die Augen offen halten. Und zusehen, dass wir nach Möglichkeit auch immer ein Messer überhaben. Das lohnt sich nämlich eigentlich jedes Mal. 14 Schuss haben wir jetzt. Das sind Gesamtschüsse, ne? Das sind nicht 14 Reserveschüsse zusätzlich zu den 6, die wir im Magazin haben. Und ich meine, es müssten Gesamtschüsse sein. Auf jeden Fall fühle ich mich schon wieder wesentlich wohler jetzt. So, ist hier noch irgendwas zum Einsammeln, zum Looten? Ja. Nein. Okay. Haben wir jetzt auch schon 15 Pillen. Das heißt, wir können bald theoretisch was upgraden. Aber ich glaube, ich spare wirklich als aller, aller, allererstes. Weil jetzt am Anfang ist das Spiel ja noch... Dadurch, dass es ja ein Spiel ist... Spiele sind so konzipiert, dass sie am Anfang einfacher sind als zum Ende. Und deswegen sollte ich solche Skills wie diesen Clicker-Skill möglichst am Anfang drauf sparen und kaufen. Wo das Spiel noch nicht so herausfordernd ist, dass ich irgendwelche von den anderen Skills brauche, um die Areale zu schaffen. Versteht ihr, wie ich das meine? Wenn ich später anfange zu sparen... Mach ich das einfach als allererstes. Komm schon, Ellie. Gut, kleine, du bist dran. Gut, kleine, du bist dran. Kops. Okay. Der sieht nicht gut aus. Das ist jetzt der dritte Soldat, den wir gefunden haben, ne? Es müssen ja vier sein. Es war von drei Vermissten die Rede. Und geschrieben hat das mit den drei Vermissten ja die eine, die wir schon gefunden haben. Wir haben jetzt drei Tote gefunden, meine ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Bitte lass das nur den einen sein. So, der ist da hinten, der bleibt jetzt auch da hinten, ja? Ja. Ich geh mal hier raus, ich zieh mich hier draußen erstmal um. Ich kann natürlich versuchen, an den Klicker ranzukommen. Und ihn auszuschalten. Und wie gesagt, wenn der uns erwischt, ist das ein Instant Kill. Weil wir diesen Skill noch nicht haben. Ja. Okay. Und wir wapfen da ranzukommen. Ja. 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 versuch es ihr seht ein klicker verbraucht ein messer ich will es gleich wieder herstelle aber dafür haben wir jetzt ruhe hier erstmal den hätten wir auch locker umgehen können das wäre nicht das problem gewesen der war ja nicht so schlimm das wird später noch schlimmer wenn man da vier fünf klicker auf einmal hat ich erinnere mich da müssen wir unseren ressourcen mehr haushalten wir versuchen jeden klicker auszuschalten dann wird das nichts hier aber jedes mal ein messer verbrauchen aber ich meine man kann die messer irgendwie es geht wahrscheinlich auch über den messermeister dass wir die robuster machen dass sie nicht nach einem mal benutzen schon außer gefecht sind hier noch irgendwo was die straßen immer so leer aussehen von oben wenn du da unten bist wimmelt es da von soldaten und von infizierten und von klickern und von allem möglichen auch ein medikit ich glaube das war's alles klar bis auf die volle hose alles klar das ist auch der letzte soldat der noch fehlt jetzt kannst du deine eigenen medikits herstellen oh geil wie wie denn lumpen und alkohol machen wir uns gleich noch ein zweites so okay schon fühle ich mich ein bisschen sicherer 14 schuss zwei medikits drei messer dann haben wir noch unsere nachkampfwaffe es sieht im moment von den ressourcen her tatsächlich gar nicht so schlecht aus so wo wollt ihr dank wir müssen nicht hier rüber oder moment bitte die damen okay ich möchte nur mal anmerken dass das relativ laut war wenn der klicker jetzt noch im nebenzimmer gewesen wäre der ja auf geräusche reagiert wäre uns wahrscheinlich nichts passiert aber rein von der logische hätte das hören müssen und uns hinterher kommen müssen weil er war ja relativ flink unterwegs der hätte der ist nicht gehen wir wieder hoch theoretisch den gleichen weg gehen können müssen wie wir so das ist verrückt nicht nach unten schauen was machst du Witze ich möchte das nicht spätestens hier würde ich total durchdrehen wenn das hier irgendwie virtual reality oder was wäre los nicht runter schauen joel ich sag's dir weh du schaust runter so schön ist gar nicht wisst ihr wo ich gerade dran denke was ich so gerne mal zusammen mit euch spielen würde wenn es denn nicht indiziert wäre dying light oder von mir aus auch dead island oder dead rising die ersten teile die späteren die nicht indizierten die habe ich noch nicht irgendwas mit einer schönen zombie apokalypse ich wollte gerade sagen ich höre doch da was drei stück neue waffe revolver du kannst mehr waffen mitnehmen als du halfter hast zusätzliche waffen werden in deinem inventar abgelegt und können gegen eine ausgerüstete waffe ausgetauscht werden wähle eine waffe zum austauschen aus halte x gedrückt um dein inventar aufzurufen schaltet euch das inventar bis ich deine gewünschte waffe im ausrüstungsplatz zu finden lasse dann x los hier werden wollen wir kriegen sollen wir den wahrscheinlich auch benutzen aber ich gucke jetzt erstmal was wir hier noch finden können denn ich gehe mal davon aus dass wir in diesem areal Prozent kämpfen sollen das hätten wir den revolver nicht gekriegt rana ich sehe mir das an bleib bei dem mädchen rana dann clicker wie hieß die dritte stufe die clicker sind die dritte stufe ne warte mal das will ich nochmal nachgucken so genau runner stalker clicker und bloater ist glaube ich die letzte stufe die vierte so wie komme ich denn jetzt vernünftig da runter hier lang wahrscheinlich ist da unten einer noch drei vier fünf fuck und der kommt hier lang ja und so sieht das aus wenn man hier spaut und hier total abgefertigt wird okay da ist ein clicker dabei ich glaube aber das machen wir nochmal oder ich würde euch ganz gern zeigen wie das aussieht wenn so ein clicker uns erwischt so der packt uns nämlich und beißt zu so infizierte runner können noch sehen sei vorsichtig wenn du dich ihnen näherst so okay okay so wir wissen ja dass der da jetzt rein geht okay wir gehen einfach mal hinterher ich versuche nochmal okay das ist ja ja ich will nicht gleich vom ersten erwischt werden hier das ist total scheiße ich muss doch einen anderen weg geben so der kommt jetzt hier rein gewackelt das ist sonst keiner in sichtweite ne okay so haben wir wenigstens einen ausgeschaltet ohne dass da gleich alle anderen ankommen gut ich würde sagen um den rest der bande kümmern wir uns ganz langsam und vorsichtig in der nächsten folge von der last of us bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann